Zurück bei der Langstreckenmeisterschaft hier auf dem Nürburgring. Die dritte Startgruppe macht sich auf den Weg. Drei Startgruppen, das sorgt dafür, dass die insgesamt 163 Fahrzeuge besser über die Strecke verteilt werden, dass der große Verkehrsstau also vermieden wird. In dieser Startgruppe 3 fahren vor allem kleinere und seriennahe Rennwagen, gespickt mit einigen älteren Autos, sogenannten Gruppe H-Fahrzeugen. Wir sind an Bord beim VW Corrado von Fast Racing. Ein Autobaujahr 1989, ein richtiger Oldie also. Und am Steuer sitzt Jürgen Freiburg und der ist mit diesem Fahrzeug seit 2007 auf der Nordschleife unterwegs. Hier wird Freiburg von seinem härtesten Konkurrenten in der Klasse H2 überholt, dem Opel Manta von Olaf Beckmann und Peter Haas. Keine Frage, wenn beim Manta alles rund läuft, dann ist er für Jürgen Freiburg nicht zu schlagen. Da helfen auch die 235 PS seines VW Corrado nicht. Freiburg, Kraft und ihr Corrado, wir haben uns diese kleine Mannschaft aus Hagen einmal etwas genauer angeschaut. Der Charme der späten 80er im Herzen der VLN, Team Fast Racing. Ich bin die Silke Preuß, ich bin die gute Seele des Teams. Jürgen Freiburg, ich bin der Fahrer und der Inhaber des VW Corrados. Ich bin Klaus Drant und ich bin der Chefmechaniker hier am Corrado. Hallo, mein Name ist Norbert Kraft, ich bin der zweite Fahrer vom VW Corrado. Ich bin Peter Sebald, ich unterstütze meine Freunde beim Boxenstopp-Service. Der Corrado, nur einer von vielen, weit gefehlt. Es gibt hier nicht sehr viele VWs und schon gar kein VW Corrado. Das ist halt, was uns ausmacht, dass wir ein Alleinstellungsmerkmal hier haben. Nah dran, nicht nur am Gaspedal. Wir stellen das Auto auch gerne vor und jeder, der uns anspricht, kriegt auch eine ordentliche Antwort und macht auch gerne mal ein Foto mit uns. Und das ist das, was uns auch daran gefällt. Fahrer ohne Allüren. Motivation kann so einfach sein. Einfach dabei zu sein mit diesen großen, hochkarätigen Fahrzeugen, einfach mitzumischen, mit dabei zu sein, das macht halt jedenfalls aus. Ein bescheidenes Team mit überschaubarem Budget. Das wissen auch die Partner und packen gerne mal mit an, wenn Not am Mann ist. Der Jürgen und Norbert müssen das irgendwie alles privat und mit wenigen Leuten stemmen. Und dann kann es schon mal vorkommen, dass jemand am Samstagmorgen anruft, ich kann nicht, und dann fragt er mich natürlich ganz nicht mal kurz beim Boxenstopp helfen oder diverse andere Dinge überlegen. Na ja, dann unterbreche ich meinen Job halt 20 Minuten und helfe da mal kurz. Das macht auch dann Spaß und ist der Reiz des Besonderen. Bei allem Idealismus, an der technischen Abnahme vor dem Rennen, kommt auch der Corrado nicht vorbei. Eine Freude für den Prüfer. Der den 16-Ventiler durchwinkt. Also wenn Fahrzeuge so hergerichtet sind, wie hier der Corrado, da lacht einem natürlich das Herz. Schnell raus aus der Halle, die Schleife wartet. Eine Mitfahrgelegenheit im Corrado. Das Team fährt übrigens nicht die gesamte Meisterschaft. Man belässt es jedes Jahr bei fünf Rennen und zwar nur jene Rennen nach den 24 Stunden. Denn die vielen Einmalfahrer, die bei den ersten Saisonrennen für die 24 Stunden üben, mit denen, so sagt Jürgen Freiburg, habe er schon mehrfach schlechte Erfahrungen gesammelt. Und auch hier wird es eng im Karussell. Wir sind noch in der ersten Runde am Schwalbenschwanz. Pied, Ennerici, Henssler und Alex Roloff im Rome-SLS führen das Feld an. Dann folgen der Black Falcon SLS und der Wochenspiegel Porsche. Dahinter eine Armada von Audi R8. Der Tintac-Ferrari kämpft unterdessen mit diversen Carp-Porsche. Die bisherige Saisongelanz des Ferrari kann sich sehen lassen. Dreimal kam das Auto ins Ziel. Davon gewannen die Jungs vom Garnit Pfeil einmal. Zweimal wurden sie Zweite. Hier kommt die Spitzengruppe. Und raus geht's wieder auf Start und Ziel. Und Ennerici greift Pied an. Aber Pied, der Nordschleifen-Neuling, wehrt sich erfolgreich. Pied, 30 Jahre alt, ein ehemaliger Formel-Pilot. Formel Renault, dann Formel Renault 3.5. Doch das Geld zur Fortsetzung seiner Formel-Karriere fehlte. Also stieg er um in den französischen Porsche Carrera Cup, wurde dort gleich im ersten Jahr Meister. Und nicht nur der Fahrer war damals ein Rookie, auch das Team. Und so wurde Porsche dann auf ihn aufmerksam. Und Pied hier am Nürburgring mit seinem Startstint durchaus zufrieden. Hier auf der Nordschleife ist es eben auch für einen Ennerici nicht einfach zu überholen. Speziell wenn man jemanden wie mich vor sich hat, der weiß, wie man sich verteidigt, ohne dabei unfair zu werden. Ja, aber es war ganz gut. Ich war schon ziemlich schnell. Wir sind on board dabei beim Aston Martin V12. Stricek bei der Anfahrt zum Schwedenkreuz, einer der allerschnellsten Streckenabschnitte auf der Nordschleife. Anbremsen-Armberg-Kurve. Und hören Sie genau hin, da gibt es einen Schlag am Aston Martin. Im Bereich der Hinterachse gibt es einen Defekt. Das frühe Aus für Stricek und seine zwei Mitstreiter. An diesem Tag kommen keine Nordschleifenrunden mehr dazu, zu den bereits absolvierten 100.000. Das war relativ kurios. Ich war in einem Polk Richtung Schwedenkreuz. Da ist mir ja ein BMW kurz hinterher aufgefahren, aber nichts Schlimmes. Allerdings einen Kilometer weiter hatte ich dann plötzlich keinen Vortrieb mehr. Das heißt also, das Auto ist ausgerollt. Ich habe es dann sehr gut geparkt und wir haben leider das Rennen nicht weiterfahren können. Noch schlimmer erwischt es den Wochenspiegel-Porsche. Pilot Oliver Kainz steht geschockt am Streckenrand. Im Bereich der Grand Prix-Schleife. Was war passiert? Es ist Ausgangs der Mercedes-Arena, als Kainz das Auto aus der Kontrolle verliert. Beim VW Corrado von Jürgen Freiburg läuft alles rund. Hier wird er zwar von einem Clio attackiert, aber der Clio-Pilot übernimmt sich außen herum in der Mercedes-Arena. Das ist halt nicht ganz so einfach. Aber dann wagt der Clio einen zweiten Anlauf. Und nun in der Querspange. Und diesmal geht alles gut. Der Clio fährt vorbei am Corrado. Boxenstopp des Frikadelli-Porsche. Klaus Abelen steigt aus. Patrick Hüßmann übernimmt das Lenkrad. Alles unter den Augen von Sabine Schmitz, der dritten Pilotin im Team. Dahinter Dramatik bei Audi. Das Auto der Zwillinge Mark und Dennis Busch fängt Feuer. Was ist da genau passiert? Ja, jetzt haben wir wieder alles im Griff. Das Problem war, dass der Tankrüssel aus der Kanne rausgerutscht ist. Und dann hat sich das auf der Bremsscheibe entzündet. Und dann gab es eine kleine Stiftflamme. Aber so weit alles in Ordnung. Und na also, er fährt schon wieder der Audi von Twin Busch Racing. Die Spitze unverändert. Vorne Pi, dann Ennerici, dann Henssler, dann Roloff. Wir nehmen eine kleine Auszeit. Und danach sehen Sie Skateboard-Legende Titus Dittmann auf der Dodge Viper. Und die packenden Kämpfe in der Spitzengruppe. All das gleich nach der Wirbung.